in diesem video schnell gezeigt wie einfach es ist mit dupli casey und der command line version ein backup zu erstellen ich habe den befehl schon mal vorbereitet den würde ich jetzt einfach mal schritt für schritt durchgehen was er bedeutet wenn ich also ein backup anlege muss ich mich in den ordner stellen den ich sichern möchte das ist in meinem fall share und download da wenn ich da drin stehen für rufe ich den befehl dupli casey in it auf damit wird quasi ein neues backup initialisiert minus e heißt jetzt hier in dem fall verschlüsselt also für encryption useful wit ist der name des snapshots also die snapshot id also im grunde ja der snapshot ist ja der den ordner den ich sichern möchte was jetzt nicht wie gut man snapshot erklären kann aber einfach ich mache hier die sicherung und die heißt halt so die heißt halt useful wit in dem fall hier hinten kommt dann wohin ich sichern möchte das kann ein lokaler ordner sein also eine festblätter die angeschlossen haben oder hier ein bisschen komplizierte ein server der per sfdp erreichbar ist das bestätigt jetzt hier mit enter und weil das ein sfdp server ist werde ich jetzt nach dem passwort gefragt das gebe ich ein ständig mit enter und das gleiche gilt jetzt für mein verschlüsselungs passwort auch das werde ich jetzt noch mal eingeben damit ist jetzt erst mal die verbindung zu dem speicher aufgebaut mein tipp wäre jetzt weil ich ja so ein backup regelmäßig laufen lassen will dass das diese beiden passwörter ich jetzt eingegeben habe dass man die einfach speichert in eine datei die schon angelegt ist von dupli casey das geht jetzt folgendermaßen mit dem dupli casey befehl kann ich dann eben diese werte speichern das ist jetzt das ssh passwort einmal mit enter bestätigen und das gleiche mache ich jetzt noch mal für das passwort oder für das verschlüsselung passwort das bestätige ich auch noch mal jetzt ist das in der preferences datei unter in dem dupli casey ordner gespeichert den kann ich euch schnell zeigen der liegt jetzt hier versteckt und der punkt dupli casey dort ist dann eine datei drin wo die passwörter im klartext gespeichert sind jetzt kann ich hier das backup an starten in dem ich einfach sage dupli casey backup minus stats muss nicht sein und man sieht jetzt hier die upload geschwindigkeit man sieht dass er sich zum speicher verbunden hat ja und jetzt muss man einfach nur noch warten bis die datei hochgeladen ist ja ja Untertitelung des ZDF, 2020